Hallo, mein Name ist Festion. Ich bin in das erste Lehrjahr als Detailhandelsfachmann hier in der Schaukäserei im Emmental und heute zeige ich euch, wie bei uns läuft. Die Hauptaufgaben sind den Kunden bedienen, miteinander arbeiten und Waren holen, bestellen und auffüllen. In der Lehre muss man persönlich sein mit dem Kunden und deutlich und laut sprechen, aufmerksam und flexibel sein. Die Mitarbeiter sind für mich alle nett und ich habe gerne mit allen Arbeitern, wenn ich Fragen habe, die Antworten immer sofort. Hier in der Lehre, ich finde hier ist etwas anders als in großes Unternehmen. Ich fühle mich hier wie in einer großen Familie. Am liebsten bediene ich die Kunden und die Waren aufräumen. Italienisch ist meine Muttersprache, aber muss man auch andere Sprachen lernen wie Englisch, Deutsch und Französisch, weil viele Touristen hier reinkommen. Das war mein Arbeitsalltag in der Schaukäserei. Wenn dir gefallen hat, konntest du bei uns bewerten. Wir freuen uns auf dich.